Diese Klonanlage wird fallen. Unser Schlachtplan ist wieder damit fehlerlos. Visueller Scan bestätigt den Anruf der Republik bei Basis 416B. Eliminiert das feindliche Ziel, um auf dem Schlachtfeld taktisch im Vorteil zu sein. Zweiten Rufelschluss. Die Stelle, Kontakt her. Klappe, Lopak schon. Vorsicht, ist anzuraten. Angriff initialisiert. Analyse durch die Zerstörung ihrer Ordnung der Vibinators im Kampf nutzlos. Verbündete im Anflug. Bomber der Hyäne-Klasse. Heißkarte angefordert. Drinnen ein Vogel. Nein, es ist ein Hitler. Unbekannter Fehler. Entsicht den taktischen Plan. Eine Welle droht die Bomber wohl zerstellt. Verteidigt die anfliegende Gruppe. Nehmt die Renatorbrücken ins Visier. Offensiver eingeleitet. Abonniere schringen. Amix. Analyse. Analyse. Abonniere schringen. Analyse. B Konzentriert den Beschuss auf die V-Napur-Runde. Der Bekämpfung ist im Anschluss der Angriff. Die V-Napur-Runde ist der Kultus-Sort. Die V-Napur-Runde ist der Kultus-Sort. Der Kultus-Sort. Die V-Napur-Sort. Anzahl der Schiffe sind. Seid extrem vorsichtig. Eine Niederlage will nicht akzeptabel. Analyse. Finator rückung kritisch. Verloren. Rückkehr zur Basis. Wir brauchen Werbungskruten. Untertitelung des ZDF.